so und damit herzlich willkommen ich bin es der Electrics und ich zeige euch heute mal so ein bisschen die M4A1A ich habe sie gewonnen durch die Daily Mission fand sie auch ganz gut und deswegen will ich meine Kritik dazu abgeben als allererstes was es schon auffällt ist ein Schalldämpfer vorne drauf Entschuldigung ich habe gerade eine neue Facebook bekommen ne auf jeden Fall Schalldämpfer vorne drauf dann kommt noch dazu das ganze Ding 35 Schuss hat und 105 extra Schuss also noch vier oder fünf Magazine dann guckt euch jetzt die restlichen Clips noch an was auch noch ganz geil ist an der ist dass ihr ziemlich genau schießt ja dann guckt euch einfach die restlichen Clips noch an wie die so ist und wenn die was für euch ist dann können das ja könnt ihr euch die erholen naja oh Mann was für eine Geräuschkulisse äh spinnt gerade ein bisschen Jo jetzt geht's wieder Festplatte hat gerade ein bisschen Wackelkontakt gehabt also das ist jetzt hier alles ein bisschen nachkommentiert weil ich hier so ein paar Zähne rausgeschnitten hab naja Jo da nochmal die Zusammenfassung und das war's dann auch schon für heute macht's gut bis zum nächsten Mal so